Herzlich willkommen aus dem Amts-Abbe-Sportfeld. Wir sitzen heute hier zusammen mit Lukas Lämmel. Der ist Mittelfeldspieler beim FC Carl Zeiss Jena und tritt am Freitag bei seinem Ex-Verein, dem Berliner AK, an. Ja, herzlich willkommen erst mal. Ja, schönen guten Tag. Wir schauen am Anfang erst mal zurück, weil die vergangene Woche hat ja zwei Ergebnisse gebracht, die eigentlich nicht so befriedigend waren, oder? Naja, unser Ergebnis war auf jeden Fall nicht zufriedenstellend. Wir wollten das Spiel natürlich gewinnen. Gerade nach dem Spiel am Mittwoch, wo wir 1-0 verloren haben, wollten wir eine Reaktion zeigen. Ist uns ja nicht geglückt, aber ja, wir schauen jetzt nach vorne. Welche von den beiden Partien war enttäuschender, oder welches Ergebnis war enttäuschender? Ja, das in Cottbus tat schon sehr weh. Wir haben uns viel vorgenommen gehabt, was man in der ersten Halbzeit vielleicht nicht gesehen hatte. Da hatten wir vielleicht ein bisschen zu viel Respekt. Haben in der zweiten Halbzeit dann trotzdem nochmal alles gegeben. Sollte einfach nicht sein, aber ja, die Niederlage tat uns natürlich schon sehr weh. Und gegen Meuselwitz dann der Ausgleich in der Nachspielzeit war sicherlich auch nochmal ein bitterer Moment. Ja, auf jeden Fall. Du denkst, du hast das Spiel eigentlich dann schon gewonnen. Dann schlägt er nochmal eine super Flanke mit links rein und perfekt auf den Kopf. Ja, tut natürlich weh, gerade zu Hause, weil wir natürlich jedes Spiel gewinnen vor den eigenen Fans. Ja, das war sehr bitter. Ein Erfolgserlebnis gab es ja für Sie persönlich im Spiel gegen Meuselwitz. Das Tor, langsam auf den Geschmack gekommen mit fünf Saisontreffern. Ja, also im Wernerbereich hatte ich jetzt bisher auch noch nicht so viele Tore. Fühlt sich immer schon ein, wenn man ein Tor schießt. Aber es ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk. Ich will einfach für die Mannschaft gute Leistung bringen. Da ist das Tor jetzt sekundär wichtig, ja. Aber so ein bisschen liegt es auf Fernschüssen, oder? Naja, bisher war, glaube ich, fast jedes Tor außerhalb des Sechzehners, außer das gegen Halberstadt. Ja, als Sechster kommst du halt nicht so oft in den Sechzehner rein. Da musst du halt von außerhalb die Tore machen. Was macht so einen perfekten Fernschuss aus? Was muss man da machen? Eine gute Schusstechnik. Man muss den Ball gut treffen und relativ platziert halt auch ins Eckhauen. Wird er genau gezielt, oder? Ja, ich habe jetzt gegen Mäusewitz beispielsweise, habe ich einfach nur die Ecke gesehen, dass sie frei war. Ich war auch im vollen Lauf und habe den Ball dann einfach gut getroffen. Da habe ich jetzt nicht drauf geschaut, ob ich den genau in den Winkel hauen kann oder nicht. Da habe ich einfach nur den Ball gesehen, war im Tempo und habe ihn dann reingehauen. Nun ist ja nach den beiden Ergebnissen der Zug zur Meisterschaft sicherlich abgefahren. Wie schaffen Sie es, sich jetzt weiterhin zu motivieren? Naja, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Das hat jetzt nicht ausschlaggebend, ob wir jetzt noch Erster wählen können oder nicht. Außerdem steht noch ein Pokalfinale an, worauf wir hinarbeiten möchten. Und da darfst du auf jeden Fall nicht die Spannung verlieren, sondern musst Woche für Woche Gas geben, um dann für das Pokalfinale und für die restlichen Spiele auch konzentriert zu sein. Nun geht es ja am Freitagabend nach Berlin. Kommen da viele Freunde zum Spiel? Ja, wahrscheinlich. Also meine Familie wird auf jeden Fall da sein. Zwei, drei Freunde werden auch kommen. Ich habe ja auch noch viele Freunde beim BRK, mit denen ich letztes Jahr noch zusammengespielt habe. Da freue ich mich schon drauf. Nun ist es ja was Besonderes, wenn man zum Ex-Verein fährt. Will man da was beweisen? Nee, ich gehe das an wie jedes Spiel. Da möchte ich eigentlich nichts beweisen, sondern einfach eine gute Leistung bringen. Nun ist es ja so, dass der Berliner RK schon ein Phänomen ist. Ist schon lange in der Regionalliga dabei, startet meistens extrem gut, aber schafft es dann nicht, die Power über die ganze Saison zu bringen. Woran liegt das? Schwer zu sagen. Ich glaube, BRK ist immer eine spielerisch starke Mannschaft. Im Sommer sind die Plätze noch sehr gut. Da können sie sehr gut in den Fußball spielen, flach spielen, gut kombinieren. Und ich glaube, im Winter, wenn es dann mehr um Zweikampfhärte geht und die Plätze halt auch nicht so gut werden, werden halt die Fehler von ihnen mehr bestraft. Und ja, daran könnte es vielleicht liegen. So genau weiß ich es auch nicht. Wir hatten letztes Jahr genau das gleiche Problem, konnten es dann auch nicht mehr drehen. Ja, ist halt so ein bisschen das Phänomen beim BRK, ja. Für den Außenstehenden, was macht den Verein aus? Wie läuft das da so? Es ist ein sehr familiärer Verein, wird ja von der Hahn-Familie geführt im Präsidium und zeichnet sich über eine sehr gute Jugendarbeit ab. Die setzen sich sehr sozial ein in Berlin, das muss man ihnen echt zugutehalten. Ja, es ist ein kleiner Verein, nicht viele Fans, aber trotzdem sehr familiär. Im vergangenen Jahr waren es ja ein paar mehr Fans gewesen. Ja, genau. Das war ja bei dem Nader Jindoi geschuldet, dass dort viele Jugendliche und Kinder halt zu den Spielen kamen. Wie war das, hat man es auch ein bisschen abgefärbt, wenn so ein Influencer mit dabei war? Oder war wirklich immer nur eher am Fokus? Naja, es hat nicht auf uns großartig abgefärbt. Es ging ja dann hauptsächlich, dass sie Nader gesehen haben in den Spielen. Aber für uns war es natürlich auch cool, dass wir halt auch ein paar mehr Zuschauer hatten, weil bei BRK gibt es halt nicht viele Fans. Und wenn dann trotzdem sechs bis 800 Zuschauer kommen, da freust du dich ja trotzdem drüber. Ja. Wie viele Zuschauer werden es jetzt am Freitagabend so prognosemäßig? Ich weiß jetzt nicht, wie viele von uns noch mitfahren werden. Ich denke mal wieder ein paar. Ja, vielleicht auch 800 Zuschauer, vielleicht 1.000. Wäre schon sehr gut, ja. Was ist jetzt das Ziel für das Spiel am Freitagabend? Drei Punkte mit aus Berlin nehmen. Also das klare Ziel von uns. Wir wollen jetzt die letzten Spiele so positiv wie möglich gestalten und haben uns auch noch intern im Ziel gesetzt, dass wir halt die Rückrunde auch auf Platz 1 belegen wollen. Nun ist ja ein Ex-Jenarer jetzt dort beim BRK wieder Trainer geworden, der Volkan Uludsch. Ja, was hören Sie von Ihrem Bekannten? Was sagen die über das neue Training? Ich habe mich jetzt mit denen noch nicht darüber unterhalten, wie es mit Volkan Uludsch war. Ich habe halt nur gehört, dass er ein sehr kritischer Arbeiter ist, dass er so ein bisschen alte Schule ist, was aber für die Mannschaft, glaube ich, nicht verkehrt ist. Hat es René Klingbeil erzählt, der selbst unter ihm trainiert hat? Ja, Klingbeil hat auch mal was darüber gesagt, dass er gerne Läufe macht und so. Und ja, dass er halt von der alten Schule ist, so ein bisschen. Okay. Gibt es eigentlich jetzt auch hier viele Läufe noch? Ja, ab und zu, aber das brauchst du manchmal halt auch. Du kannst ja nicht nur auf den Fußballplatz gehen, sondern musst auch was für die Ausdauer tun. Aber jetzt nicht im Übermaß. Ist jetzt das Training etwas umgestellt nach der vergangenen Woche? Nee, wir hatten halt, dadurch, dass das Spiel jetzt Freitag ist, sind ja jetzt nicht so viele Trainings einladen, aber wir haben trotzdem an einem Tag doppelt trainiert. Also so wie wir sonst auch immer trainieren. Okay. Freitagabend ist ja immer ein bisschen ein spannendes Thema, nach Berlin zu kommen. Ja, wird diesmal ein bisschen zeitiger losgefahren, dass man nicht wieder zu spät kommt? Ja, wir hatten in der Hinrunde, sind wir kurz vor knapp beim BFC angekommen. Da haben wir die Besprechung noch im Bus gemacht, weiß ich noch. Ja, aber du kannst es nicht berechnen in Berlin, wie die Rushhour dann ist. Wir werden, denke ich mal, rechtzeitig losfahren diesmal, dass wir auch pünktlich im Stadion sind. Okay, wir sind alle sehr gespannt, ob die Mannschaft es pünktlich nach Berlin schafft. Wenn sie pünktlich da ist, ist es um 19 Uhr Anpfiff im Spiel gegen den Berliner AK. Das wird live übertragen auf unserer Internetseite. Und wir laden alle recht herzlich ein, dabei zu sein. Drücken die Daumen, dass es ein spannendes Spiel wird. Ja, und wünschen viel Erfolg. Dankeschön. Da,uernd, ich weiß nicht. Vielen Dank.